De Manuel de Falla, Compositor de nuestro siglo español, voy a tocar Homenaje a Debussy 1920, Hommage a Debussy von Manuel de Falla, ist sein einziges Werk für Gitarre, während der Tanz des Müllers die Bearbeitung der Orchesterfassung aus dem Ballett der Dreispitz ist. La Danza del Molinero es una transcripción del original para Orchester, es la Danza del Molinero del Sombrero de Tres Picos. Musik 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 Musik